Immer volle Kraft voraus Moin, ich bin Klaus Lage und ich möchte gemeinsam mit euch unseren Seenotrettern ordentlich Rückenwind geben. Hört euch mal einen neuen Song an und dreht einen kurzen Film zu eurer Version von volle Kraft voraus. Singt, rappt, pfeift, alleine oder mit Freunden, mit Gitarre, Oboe, Harfe, alles ist erlaubt. Hauptsache ihr gebt vollen Einsatz. Aus euren vielen kleinen Beiträgen entsteht dann ein großer Videoclip zum 150-jährigen Jubiläum der Seenotretter. Premiere ist auf dem Bremer Marktplatz am 29. Mai. Wo, wie und wann ihr die Filme hochladen könnt, erfahrt ihr auf der Facebook-Seite der Seenotretter. Schicken wir gemeinsam unsere Seenotretter volle Kraft voraus. Wir sind die Seenotretter. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020